1, 2, ja, 3 drauf Moin, Servus, Moin Soll sein, treffen wir uns jetzt und wir machen jetzt ne Farben-Folge Oder Witz Was hat er geschrieben? Wer hat was geschrieben? Nee, dieser Ex-Sass-Kett, irgendwas mit Mox geschrieben Keine Ahnung, bei mir steht nicht Ey, Robin? Ja Ich nehme die ganzen Bücher hier mit, ne? Ach, sind die da noch? Ja Soll ich einfach runterkommen, wir fahren dort, oder? Nee, nee, da sind die ja noch irgendwo Ich glaube, das wäre dumm, wenn wir uns jetzt da ausloggen Gucken wir dann, ähm Dann dauert ich einfach ein bisschen Rechnungsform, oder? Ja Ich sag, das soll ich dir dann nicht kurz sagen Jan? Ja Okay, dann fang ich schon mal an zu farmen, ich hab zwei Äpfel Äh, oder willst du? Er lag die Server irgendwie Bei mir grad nicht Bei mir hat er grad gelaggt, aber jetzt geht es Willst du dann, bevor du runterkommst, noch die Gaps farben? Also Äpfel? Ja, mach ich da Okay, weil eigentlich hatten wir eigentlich geplant, dass er es am Schluss macht, aber Okay, doch, das wäre weg Weil mit den Büchern können wir uns eigentlich echt gute Stuff machen Hm Ist noch ein Entschel oder so da? Nee Wie soll das denn die Bücher einfach stehen? Also die Bücher vom Dungeon, ne? Achso Okay, sind da überhaupt noch welche? Ja Ich hab ja jetzt fast drei Stacks Achso, ja dann Warte, ich nehm die noch schnell mit und dann komm ich hoch Uff, ich bin behindert Ich kann erstmal ganz in die Falsche Richtung Also 1-2-Wer noch vor, um mir auch noch ein Tier-Teil zu fahren Mir in die Brust und Mick in die Brose hatten wir eigentlich vor Worauf das darfst, glaub ich ja nicht Ups Soll ich einfach hier jetzt fahren, wo ich bin? Ja Eigentlich ist auch egal Ich bin bei 750 und 780 Was, jetzt zwei Gaps oder so, ne? Nee, zwei Äpfel Ja, okay Vier Gold hätte ich noch Nein, nimm mal ein bisschen mehr Äpfel Am besten noch direkt mit, weil ich gehe davon aus, dass wir auch Gold finden Okay Also wäre schon seit drei, wenn nicht Das war irgendwie richtig eklig Bei mir geht es gerade Dann komm mal wieder zurück Ja gut, ich hab irgendwie Hyping, glaub ich Gar nicht, das war aber Eisen nehm ich auch noch mit Ja 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 Hast du genug Essen? Nee, aber ich kann ein bisschen was braten Ich Geh Both Ich Schöke Ich Ich sch just als eine gewuff J von exosca habe ich heute glaube ich auch eine folge gesehen ich nicht waren irgendwo beim jungle oder so ich sollte es mir auch hinbekommen diese cave zu finden die ganze scheiße so da raus zwei fehler brauchen wir ein stück habe ich eine cave die noch nicht gelootet ist ja ok bei den koordinaten ist eigentlich klar dass du sie nicht gelootet bist sollten wir nur die ausholen ich habe so eine fette schlucht und gegolten habe ich in meinem wagen ein apfel ja schon zwei jawohl ich habe diamanten wenn du noch dein gold gibst dann könnten wir noch fünf caps machen naja ich habe jetzt auch noch mal sechs gold noch mal gefunden das war eine sechser quelle an die aus ich habe auch noch zwei ne vielleicht wollen wir irgendwann mal noch ein nether gehen und dann die schwerte und rüstung aufwerten also die die hatte zumindest du hast ja genug bücher ich habe ja genug bücher aber sonst wäre das genug ja hier noch ein bisschen gold ich habe jetzt zwölf und vier gold und nochmal die aus sehr schön ich habe jetzt drei äpfel also nicht so erfolgreich hier wenn wir jetzt nicht mehr verbrennen ist alles gut ich glaube ich habe 13 stück oder 13 deers das hat sich so gelohnt dass wir das gemacht haben ich habe mir keine äpfel mehr raus ich habe mir keine äpfel mehr raus ich bin erschrocken ich möchte ich nehme mir einen creeper 19 deers sehr schön was nochmal was nochmal seit wann bin ich deers nochmal eine zimmer quelle ja was sind wir denn für retards dass wir nur one piece gefarmt haben jetzt habe ich sieben ne warte 26 stück nice ja jetzt ist ja viel besser als wir erwartet haben ja jetzt wenn wir uns vorhin den Plan gemacht haben ich sag mal den Plan gemacht haben sagst mir wenn es gut läuft kriegen die johannisch und der und du noch eine schuhe jetzt haben wir noch ein bisschen gold ja das war ja ein übelster erfolgt die Auffolge ja hast du auch äpfel war zu viele ich habe noch Bäume abgebaut aber ich will gerade Schafe ich gucke dann noch heute die Aufbau ok ist das auch richtig aber jeder hat irgendwie Firespekte in dem Projekt ne ja jetzt ich denke ich nochmal zurück weil da ging es hat die Hälfte dann noch ein paar mehr Gänge hier unten zum Beispiel ja ich glaube dass wir einfach jemanden töten der genug gut hatte oder so ja die Hälfte dann die nächsten Folgen wieder in Freitern zu bekommen so wie wir es jetzt die ganze Zeit versucht haben ja mit dem Equip hätten wir jetzt mal in die Reihen rennen sollen dann wären die tot gewesen ja ich könnte ja weiter in die Reihen rennen oder so keine Ahme ich habe jetzt eh einen Strike und morgen müssen wir dann welche Quartz hier haben ey das wäre echt eine Idee nachzudäumen oder nicht stimmt ja nicht ich hätte gesagt dann machen wir jetzt noch eine aber geht ja nicht wir können keine Folgen aufnehmen heute nicht ja das ist okay das ist vier Äpfel machen wir uns dann die Dias am Anfang von nächster Folge und oder die Dias da besser oder ja würde ich schon sagen ich habe mich halt verlaufen ich bin die ganze Zeit im Kreis ich weiß nicht mehr wo es zurückgeht ich bin auch so die ganze Zeit im Kreis warte dass die Blätter kaputt gehen hä wo kam ich denn hier raus hier ja dann frage ich mich jetzt ein Stück meine ich einfach keine Ahnung ja ey zwei Dias ja mal wieder die Kohle weg da war ja habe ich schon wieder sehr gut sehr gut weil die ganze Zeit in meinem Inventar und hab da irgendwie Wolle und so eine Scheiße drin und dann werfe ich die Kohle weg komm auf einmal habe ich Zeit noch eine Dias weil der ist auch noch drin da haben wir gar keins oder ne jetzt haben wir wieder da bist aber halt auch nur 20 ich habe relativ viele Schweine hier mal mal ok ich habe jetzt ungefähr 20 Fleisch ach der ist mal reich ja ich habe auch noch ein bisschen was was man braten kann sehr schön aber halt nicht viel aber halt nicht viel hier ist noch eine Menge Gold ich nehme das Eisen gerade gar nicht so mit weil ich einfach so schnell durchzugehen ein bisschen Eisen weiter auch nicht na ja 30 habe ich in der Anvil nicht kaputt gereicht hast in der Anvil in der Anvil ich habe einen ja ich glaube mir jetzt 5 Äpfel wären es tatsächlich nicht ich habe 36 Gold das ist naja 5 Äpfel reichen dabei und ich habe ja auch noch 2 Äpfel jetzt habe ich nichts gebratenes mehr zu essen ok ich wollte es eh gleich rum ich habe keine Axt mehr ok jetzt nochmal viel äh Lapis sehr schön so so jetzt mal vielleicht dann nachher nicht mehr das schlechte kurde Tief naja wobei wir sind trotzdem noch weit hin naja aber wir können uns echt cooles Equip machen ja ja genug da haben wir noch so Holz haben wir jetzt auch wieder genug ich weiß noch mal ob hier noch ein paar Äpfel sind ich glaube halt nicht ne naja naja öffne jetzt am besten noch kurz dein Inventar dass wir nachher in der Folge nachgucken können was wir haben was ich kann Screenshot machen oder so wir haben einen Crap reingelaufen hier nochmal einen Höhlenabschnitt aber ich glaube mit Diamanten sieht es nicht so gut aus ja 30 Sekunden brauche ich da auch nicht durch ja 30 Sekunden brauche ich da auch nicht durch und das brauchen wir auch nicht ja ok Wysikowski ja die Folge war erfolgreich ja tatsächlich also für dich und denn Vielen Dank.